Na, guck mal, da haben wir den Boi. Wobei, du bist, glaube ich, unter anderem auch Feuer. Dementsprechend will ich da, glaube ich, lieber keinen Blubber machen. Aber den würde ich gerne fangen, den finde ich ganz süß. Und der wird ja wohl auch bestimmt in meinem Pokéball jetzt drin bleiben. Nice. Okay. Ich gucke auf jeden Fall auch noch nördlich von der Stadt, ob da noch mal andere Pokémon sind. Aber er lief mir jetzt so entgegen. So, ein aggressives Pokémon, was Menschen hasst. Nun. Und er kann gute Kopfnüsse verteilen. So. Wie viele Buchstaben habe ich denn überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was, wie lang ist der Name, den Rio vorgeschlagen hat? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Der ist zu lang. Kann ich dann einfach nur das erste Wort nehmen? Plus, du kannst mir gerne sagen, wo der Name überhaupt herkommt. Nach was benenne ich das Pokémon jetzt? Nach einem Anime-Charakter, nach einem Videospiel-Charakter, nach was zu essen? Es könnte gefühlt alles sein. Plus kann ich auch einfach das erste Wort nehmen, weil das ganze Wort ist zu lang. für die Textbox. Kann mich in der Zeit noch mal ein bisschen hydrieren. Das ist der Fire-Embend im Schöpfer. Okay, das ist sehr spezifisch, aber okay. Nur, wie gesagt, das ist zu lang in seiner Gänze. Deswegen würde ich dann nur seinen Nachnamen wahrscheinlich nehmen, ne? Wenn es, denke mal, die japanische Schreibweise ist. So. Nur gucken, dass ich es richtig schreibe. Also ich muss ehrlich zugeben, das wäre wahrscheinlich so der letzte Name gewesen, der mir eingefallen wäre dafür. Weil ich halt immer so, so erstmal Videospiele und Anime und so weiter durchgehe in meinem Kopf, bevor ich mal auf sowas komme. Aber warum nicht? Dann haben wir jetzt Choso, würde ich jetzt behaupten, so von der Aussprache her. Habe ich ihn richtig geschrieben? Ja. Oh, okay. Finde ich zufällig auch noch ein Vögelchen. Dann würde ich das jetzt zumindest mal mitnehmen und auf die Box legen. Vor allem habe ich nicht gedacht, das wäre der Red Encounter. Jetzt habe ich schon zwei davon gefunden. Weil dann würde ich die beiden jetzt erstmal fangen. Und dann können wir uns die auch mal angucken. Und potenziell trainieren. Jetzt kommen nur noch die. Ich merke das schon. Die Vögel hassen mich jetzt. Aber ich finde das mit den Kanalpunkten und dem Benennen eigentlich immer ganz schön. Weil unsere Kanalpunkte Dich gibt es hier auch, aber Dich will ich nicht. Das ist mir zu seltsam. Das fühle ich irgendwie nicht. Das will ich auch gar nicht fühlen. Und vor allen Dingen nicht riechen. Wir machen ja eigentlich nicht so viel mit den Kanalpunkten an sich. Deswegen die Leute, die sehr regelmäßig zuschauen, die haben wahrscheinlich mehr als genug Punkte für alles. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, zumindest bei solchen Projekten, um Euch so ein bisschen mit einzubeziehen. Plus, da muss ich nicht immer versuchen, mir bei jedem Pokémon einen Namen auszudenken. Weil so auf viele Namen würde ich glaube ich auch einfach gar nicht kommen. Wie gesagt, ich würde dann zahlreiche Videospiele durchgehen, die ich gespielt habe. Anime, Manga, Essen vielleicht noch oder so. Aber ich kenne natürlich auch nicht alle Spiele, alle Anime, alle Serien. Dementsprechend wird sich das wahrscheinlich auch irgendwann so ein bisschen wiederholen mit den Namen. Ich will ja jetzt auch nicht jeden Vogel, ich sag mal Meduli oder so nennen. Deswegen ist es dann immer ganz schön, wenn von Euch auch noch mal so Namen kommen. Und deswegen frage ich auch immer noch mal extra nach, wo die Namen herkommen, damit ich es auch weiß. Zum einen, damit es nicht irgendwie was politisch Inkorrektes oder irgendwie so was ist. Plus, weil ich es einfach wissen möchte, ganz gerne und klar, es sind oft Namen, die ich persönlich jetzt nicht genommen hätte, weil ich da einfach nicht drauf gekommen wäre, aber es ist ja auch nicht schlecht. So, Yves möchte gerne Munin haben aus der nordischen Mythologie. Nehmen wir an, er hat irgendwas mit Vögeln oder mit Wind zu tun. Aber Jan ist schon drauf angesetzt. Ja, das ist einer der Krähen von Odin. Eine, der, ah, okay. Odin und Munin heißen die beiden. Einer von Odins Raben. Passt auf jeden Fall ganz gut. Okay. Es ist klein, aber sehr mutig. Hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und legt sich auch gerne mit anderen Artgenossen an. Okay. Dann. Flupp. Haben wir die beiden auf jeden Fall. Ich gucke mal, wie gesagt, was ich noch so finde. Munin wäre auf jeden Fall jemand, den ich auch erst mal auf die Box legen würde und später mit rausnehmen würde, wenn er sich entwickelt. Weil ich jetzt natürlich auch nicht möchte, dass er permanent am Krepieren ist, weil er halt noch sehr lange sie nicht entwickeln kann. Aber mal gucken. Und ich denke, gerade am Anfang macht er bestimmt auch noch einen ganz guten Job. So, wir haben hier auf jeden Fall den Frühwecker drauf. Das ist, glaube ich, die Hunduster-Fähigkeit. Weil ich meine, mein Hunduster-Pokémon XD hat auch immer Frühwecker gehabt. Und, äh, ja. Tackle. Und du bist Unlichtfeuer. Das war zu erwarten, ist aber eigentlich, naja, die Schattart-Typen-Kombination von Hunduster. Aber, ich meine, ne? Und hier haben wir nochmal Flug. Leider kein, äh, Guts. Wobei, bei normalem Playflow ist das jetzt auch nicht ganz so wichtig. Und gut, du hast den Schnabel. Alles klar. Dann gehen wir nochmal, wie gesagt, oben einmal gucken, ob es da nochmal andere Pokémon gibt. Und keine Sorge, es gibt auch noch Bonbons. Ich muss die nicht alle per Hand gleich, uh, nachtrainieren. Ist das, also ist offensichtlicherweise Nidoran männlich, ist da der kleine T-Rex drin? Ihr wisst schon, wen ich meine, den kleinen Walguras? Wie heißt die Entwicklung? Ach, bestimmt Monagoras. Ich war immer eher Team Amarino. Bis ich es im Team hatte und es ist bei jedem zweiten Trainer gestorben. Dann war ich nicht mehr Team Amarino. Aber, vor allem dann, dann Nidoking und Monagoras stelle ich mir sehr cool vor. Amarino ist dann bestimmt bei Nidoran weiblich. Könnte ich mir gut vorstellen. Würde farblich auch ganz gut passen. Nidoking und Amagaga ist bestimmt auch ganz schön. Und vielleicht ein bisschen mehr Balki mal. Je nach Typkombination. Also das hätte ich auch gerne. Das finde ich stylisch. Oh, du hast den Gesteinstypen mit drin. Gesteingift? Ah, das ist eine schlechte Tackle. Der kann missen. Okay. Ja, Eisgestein ist eine schwierige Kombination. Das stimmt. Eis ist generell leider auch ein nicht ganz so guter Typ. Ich meine, es gibt sehr, sehr coole Eis-Pokémon. Definitiv. Pun not intended. Aber ich habe ja auch schon mal Monotype Eis gemacht in XY und das ist teilweise gar nicht so einfach. Deswegen, also offensiv ja. Ich meine, Glaciola spezialangriffstechnisch super beispielsweise. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Und es gibt Mopsi. Punkt. Mehr Argumente brauchen wir nicht. aber defensiv ja, ist teilweise schwierig. Ich finde übrigens den Namen super. Tyrann. Ach, guck mal, da ist auch die andere Form. Aumoran. Ja, das ist mit Sicherheit Amarino und Nidoran weiblich dann. Und sie klauen, äh, Essen von Trainern. So, und wir haben Megatron. Wo kommt der Name her? Das klingt wie was, was aus Persona kommen könnte. Ein Transformer? Ich habe keine Ahnung von Transformers. Sehe ich so aus? Ah, es ist wirklich aus Transformers. Ich glaube, in Persona gibt es, äh, hier Metatron? Ist es Metatron? Nee, Metatron ist, glaube ich, Undertale? Glaube, ja. Und Metatron ist Persona. Aber er ist ein Transformer. Okay, da habe ich nichts von gesehen. Aber ich, ich sehe auf jeden Fall, dass es ganz gut passen könnte. So, Mega äh, da. Metatron. Ja. Okay. Von Undertale auch gedacht. Ich habe Undertale ja nie selber gespielt, aber ich kenne halt so ein bisschen was davon, weil man kommt irgendwie auch nicht drum herum, oder? So Megalovania oder so. So, du bist auf jeden Fall, oh, du bist Bodengestein. Oh, die Wasserschwäche. Aber ist Nidoran? Irgendwie vielleicht Nidoran wäre nur Gift. Das ist auch Nidoran Nidoran später. Ah ja, hat es vielleicht schon den Nidoran Typen mitgenommen. Da muss ich aufpassen, auf jeden Fall auf Wasser und Pflanzen Schwäche. Ich hätte jetzt eher Giftgestein natürlich gedacht. Aber wir kriegen keinen Rückstoßschaden, was ganz cool ist, wenn wir später, oh, wenn wir später Head Smash kriegen oder so. Ne, Kopfstoß wie mit Rückstoß. Ja, ja. Das wäre schon geil. Ne, also den fühle ich. Ja, die Entwicklung stelle ich mir auch echt fancy vor. Ich meine, das sind halt auch immer so Projekte, wo es immer sehr lange dauert, die ganzen Pokémon zu fangen. Man sieht ja jetzt beispielsweise bei Jan ganz gut, der hat ja jetzt vor kurzem nochmal die Sinnoh Remakes gestreamt. Warum auch immer. Und jetzt eben nochmal Pokémon Schild. Und da sieht man eigentlich ganz gut, wenn man halt wirklich die Texte nicht vorliest und einfach alles durchdrückt, weil wer will hopp auch zuhören, sind wir mal ehrlich, wie schnell man da eigentlich durchkommt durch die Projekte. Dementsprechend, wenn ich hier alles durchklicke, klar, wesentlich schneller, als wenn ich alles vorlesen würde, aber das fangen dauert natürlich sehr lange. Oh, he's so cutie. Ja, ich weiß, Visor kann nicht viel und so, aber guckt mal, wie süß der ist. Ich mag Visor, okay, ich finde Visor extrem süß und ich finde Visenior sogar noch süßer und erinnert euch, dass wir im letzten Projekt die Kombination Visenior und Milotic hatten, die richtig geil war und ich meine, schaut euch an, he's a good boy, vor allem Visenior und Chevron, es tut mir leid, es gibt mittlerweile so viele Pokémon, ich muss manchmal wirklich in meinem Kopf kramen bei den Namen. Ja, Mihickel habe ich auch gedacht, aber ich wollte ja die Entwicklung haben für Visenior und dann war so, äh, ist es nicht Mihickel, ist es nicht Mihickel, ah, ist es Chevron. Kann ich dich aber schwächen ist die Sache oder stirbst du? Okay, nee, also, vor allem Visenior entwickelt sich ja, oder wieso entwickelt sich ja wirklich halbwegs früh. Ich sollte mal Pokébälle kaufen und ich glaube, Mihickel aber auch gar nicht so enorm spät. Also, das sollte ganz cool sein. Und wir haben auch direkt einen Namen. Ihr könnt, wie gesagt, immer gerne dann dazu schreiben oder auch ergänzen hinterher, wenn ihr schnell die Kanalpunkte erst raushauen wollt, wo der Name auch nochmal herkommt. Finde ich nämlich auch immer ganz interessant. So, es verbringt viel Zeit in den Bäumen, aber es erkundet auch sehr gerne. So, wir haben Ach, es ist ein Ziegengott. Ja, ich meine, es wird definitiv eine Ziege, beziehungsweise die Ziege steckt da mit drin. Spricht sich das eigentlich Satire oder Satire aus? Mit E. Ja. Mit E. Das ist ein griechischer Vieh. Ah. So ein notgeiles Ding. Sind die ja alle in der griechischen Mythologie. Schon, ja. Nee, gar nicht. Du kennst den Herkules für mich. Aber der hat den kleinen Trainer, den er hatte. Ja. Das ist ein Satir. Das ist so ein kleiner, horny Dude. Chad hat aber eher Satir gesagt. Aber du bist der Grieche. Ich sage, es heißt Satir. Okay. Wenn du das Griechische aussprichst, das ist Y oder I. Okay, Jan sagt mit I. Der Kumpel von Denberg. Ja. Guck mal, wie süß der ist. Äh, normal. Pflanze, gute. Runaway. Dann habe ich das immer falsch. Also, ich glaube, ganz ehrlich, dass Aussprache ist immer relativ. Ob ihr das jetzt mit I oder mit Ü quasi aussprecht, finde ich, ist immer persönliche Präferenz und kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf an. Will man das jetzt wirklich originalgriechisch aussprechen, würde man lieber die eingedeutschte Variante nehmen. na. Aber jetzt haben wir hier schon echt viel gefangen und da kommt ja noch eine nächste Route. Da werde ich jetzt aber auch noch mal gucken und fangen. Und dann können wir nämlich in der ersten Pause gleich auf wundersame Art und Weise Sonderbombons beschwören und dann alles mal so ein bisschen leveln. Gehen wir hier noch mal zehn mit. Ich würde aber auch gern noch mal Tränke mitnehmen für den Fall der Fälle. Gehen wir noch mal zwei Gegengifte mit. Ein Paraheiler, ein Aufwecker. Okay. Dann werde ich hier noch mal vorsichtig gucken, weil wir müssen ja noch nicht in den ersten Trainer rennen. Wir können ja hier erst mal noch schauen, was wir so finden. Den kenne ich schon. Ich meine, klar, ich könnte jetzt noch mal versuchen, eine stärkere Variante davon zu fangen, aber wie gesagt, leveln ist ja nicht so das Problem. Im anderen Hack war es ganz angenehm, dass da ja jemand stand, der mir Sondermomons geschenkt hat. Das habe ich hier jetzt aber auch nicht zwingend erwartet, aber es gibt ja Mittel und Wege. Und mittlerweile ist das, glaube ich, auch gang und gäbe, dass sich jeder eine Sondermomons herzaubert. Niemand will so viel Lebenszeit einfach nur ins Grinding stecken. Trassler? Vielleicht? Nur ganz viele Dogos. Bin irgendwie auf der Hundewiese gelandet. Was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, ich mag Dogos, aber würde gerne auch mal was anderes sehen. Dann wiederum bei Trassler, wenn es das hier wirklich geben sollte, wäre natürlich wahrscheinlich ein Rare Encounter. Nein, nicht das Ding, das will ich nicht. Das macht mir Angst. Ich meine, es ist gut gemacht, so ne? Also ich finde, die Sprites sind schon hübsch zusammengesetzt, auch wenn die nicht immer meinen Geschmack treffen. Aber nein. Oh, was haben wir denn hier? Voltilam und Toxipet. Aber wie habe ich mir dann die Ampharos und Kerapendra vorzustellen? Es scheint mir mehr auf Voltilam zu basieren, von der Form her. Das heißt, es ist dann später potenziell Ampharos mit den Kerapendra-Farben? Das ist eine wilde Kombination, die ich jetzt so von mir aus nicht unbedingt zusammengesetzt hätte. Weil ich wahrscheinlich immer so ein bisschen Pokémon nehmen würde, wo ich mir denke, ja, das passt formtechnisch oder farblich oder sowas. Also da habe ich jetzt nicht unbedingt, ne? Aber warum nicht? Nehmen wir mit? Vielleicht. Möchte es jetzt nicht noch weiter schwächen, weil es, glaube ich, eine Roll. Perfekt. So, sein Schwänzchen ist mit extrem naja, giftigem Gift gefüllt. Und Elektrizität kann es auch entladen. Okay. Namensvorschlag ist Alice und wie bislang bei jedem Namen, bitte schreibt mir, wo der Name herkommt, warum ich es so nennen soll. Ah, perfekt. Einfach nur, ne, damit ich den Kontext habe. Gut, Alice aus Alice Madness Returns. Das wäre auch so ein Spiel, was ich nicht spielen wollte. Wollen würde, glaube ich. Äh, Moment. Da. So. Jawohl. Du bist auch noch im Team drin. Du bist Elektro-Gift. Das ist eine interessante Kombination. Statik ist auch immer ganz praktisch. Okay. Da müssen wir uns jetzt nur überlegen, welche Pokémon wir ganz gerne in die Trainerkämpfe mitnehmen möchten. Wir müssen jetzt erstmal nach Blütenburg und dann können wir quasi neben Blütenburg noch mehr fangen in der Theorie. bei sechs Pokémon ist natürlich jetzt schon einiges. Rippe bei jedem Boden, Mon. Ja. Das ist wohl wahr. Habe ich noch einen Trank im PC eigentlich? Ah ja, perfekt. Moment, jetzt habe ich wieder meinen PC geöffnet. Smart. So, erstmal muss ich die Box schöner machen. So, meine Pokémon sollen es gut haben bei mir. Also, Silon bleibt natürlich im Team. Ich würde wahrscheinlich Monin erstmal ablegen und den gerne später vielleicht nochmal dazu holen, weil ich denke wirklich, dass Schwalboss und Vashak sehr cool werden kann. Und gerade wenn wir später auch Fliegen haben, wäre es natürlich ganz cool, dann auch jemanden im Team zu haben, mit dem wir das nutzen können. Ansonsten Schwierig. Also, an Megatron bin ich auf jeden Fall sehr interessiert. Satir ist halt einfach super cute. Alice, ich habe ehrlich gesagt Angst vor Amphi, aber ich bin gewillt, mir das erstmal anzugucken. Und Shoso ist halt einfach good boy. Ich glaube, wir behalten erstmal die 5. Kann die ja auf jeden Fall gleich in der Pause erstmal auf das Niveau von Sidon hochleveln und dann können wir die erste Route in Angriff nehmen. Ja, 2, 3, 4. Dann machen wir das so. Ich hoffe, das klappt dann gleich noch alles mit dem Training, dass ich es nicht per Hand machen muss. Okay, dann machen wir ein kurzes magisches Sonderbonbon Beschwörungs Päuschen. Und dann geht es danach mit der ersten richtigen Route und den ersten Trainerkämpfen weiter. Bär Tanzen hat auf jeden Fall was gebracht in der Pause. Die Rare Candy Gottheiten haben euch erhört. Und somit konnte ich schon mal alle auf Level 7 packen. Ich denke, das sollte eigentlich ganz gut ausreichen. Und wir haben zumindest noch ein kleines bisschen Ersatz im Beutel. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht mitgenommen. Ich denke, das reicht für den Anfang auch. Ansonsten müssen wir den PC nochmal um Nachschuppe bitten. Na gut, dann fangen wir einfach mal mit Alice an, weil du gerade unten stehst. Und kümmern uns um die ersten Trainer. Ich weiß gar nicht so genau, wie das hier mit der Schwierigkeit ist. Also ich muss zugeben, dass ich mich da gar nicht so genau informiert habe, wie das jetzt ist. Ob die Schwierigkeit erhöht wurde, ob die Arenaleiter ausgetauscht wurden oder sonst irgendwas. Wir werden es ja sehen. Aber zur Not, denke ich, sind wir da auf jeden Fall ganz gut vorbereitet. Du dürftest allerdings noch nichts können, was mir in irgendeiner Form schadet. Also können wir dich erstmal antackeln. Aber du hast Jaula, ja? Das hat meins auch gelernt. Das könnte potenziell ein bisschen gefährlicher werden. Aber jetzt muss ich weiter draufhauen. Never mind. Er ist greedy geworden. Aber ich finde auch den Backsprite von Alice eigentlich ganz cute. Es sieht halt aber auch eher wie so ein Toxipad von hinten aus. Mit einem kleinen Schwänzchen. Ich bin aber echt mal sehr gespannt auf so einige Fusionen. Vor allem geht es ja jetzt auch Gen-technisch eigentlich auch schon recht hoch. Also wir haben auf jeden Fall bis Gen-7 bis dato Pokémon gesehen. Also haben wir auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten für Fusionen. Ich mag halt die Farben von Phineon total gerne. So dieses hellere Blau mit dem dunklen Farbton in Kombination. Und wenn du dann später Smetbow und Luminion hast, so Smetbow mit quasi das, was Raupi jetzt als Schwanzflosse hat, so als Flügel, stelle ich mir schon stylisch vor. Luminion generell sehr underrated. Oh nice. Wobei ich glaube, dass Luminion glaube ich auch gar nicht so viel kann, wertetechnisch, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Pokémon. Hast du noch mehr? Ja. dann wechseln wir aber einmal. Ja, es ist, Luminion ist halt wirklich extrem hübsch, aber ich glaube, ich hatte mal in der Wetlink eins und ja, ja, vor allen Dingen das Problem ist halt immer bei den Wasser-Pokémon, es gibt so viele davon, dass du halt wirklich schon gut sein musst. Gerade wenn du natürlich auch Wasser-Pokémon hast, die dann noch einen coolen Zweitypen haben oder auch zwei Entwicklungen haben, weil ich finde immer so Pokémon, die sich nur einmal entwickeln und dann vielleicht auch halbwegs früh oder Basis-Pokémon die kannst du später nicht immer so gut nutzen, kommt halt immer ganz stark drauf an. Deswegen haben da viele Pokémon leider eher schlechte Chancen in mein Team zu kommen. Du wolltest glaube ich nicht kämpfen, aber da oben ist auf jeden Fall noch ein Trainer und irgendwo weiter links ist noch einer. Aber ich mag diese Fusions-Hacks total gerne, weil es ist irgendwie zwar das Base-Game, ja, wobei ich das auch ganz schön finde, ehrlich gesagt, für solche Projekte, weil ich mag zwar auch Pokémon-Hacks und Fangames zu spielen, die so eine komplett eigene Story haben, aber da muss ich halt aufpassen, also da muss ich halt auch mitlesen, was da gerade passiert, ob ich will oder nicht. Dementsprechend das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, je nachdem auch wie viel Story kommt, wann kann ich mal wirklich ein größeres Thema anschneiden und wann muss ich gucken, ob ich in die nächste Cutscene laufe beziehungsweise auch beim Erkunden muss ich halt auch teilweise aufpassen. Also gerade wenn du dann Gebiete hast, die du halt einfach logischerweise nicht kennst und die dann vielleicht auch ein bisschen sehr ambitioniert gewesen sind beim Design und dementsprechend sehr verwinkelt sind oder mit Rätseln oder sonst irgendwas und du halt auch wirklich aufpassen und nachdenken muss dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger deine Lebensgeschichte nebenbei zu erzählen dementsprechend ja kann man jetzt natürlich sagen dass es irgendwo lame ist einfach nur Smarag nochmal zu spielen aber wie gesagt es bietet sich halt einfach für solche Projekte gut an wenn man eh eher so einen Podcast macht als dass man wirklich sich jetzt voll auf das Gameplay konzentrieren möchte und die Fusion bringen ja auf jeden Fall nochmal netten Twisten mit rein ich habe mich da mit Jan tatsächlich vorm Stream drüber unterhalten als ich meinte man könnte ja auch irgendwann mal wieder ein Monotype Team machen habe ich ja in der Vergangenheit auch öfters mal gemacht aber welche Edition nimmt man da Jan und ich haben ja jetzt die letzten zwei Jahre regelmäßig die Wetlings gemacht das heißt wir haben quasi Kanto Joto Höhn und Sinnoh gemacht plus ich habe jetzt ja quasi noch mal Kanto gemacht mit dem anderen Fusions Hack und jetzt nochmal Höhn und Jan hat jetzt vor kurzem erst nochmal Sinnoh gemacht und macht jetzt diese Woche wieder Joto das heißt die ersten vier Gens sind ja komplett ausgelutscht aktuell fünfte Gen also Einahl ist auch nicht so sinnig weil das wären halt die nächsten Sachen auf der Wetlink Liste das jetzt random nochmal einzuschieben ne finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll dementsprechend wenn gut Carlos ginge das habe ich schon lange nicht mehr gespielt Alola ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange her ich habe ja den Pokémon Ultra Mond glaube ich randomizer gemacht falls ihr euch das heißt ja das irgendwie auch eher nicht bleibt also eigentlich dann nur abseits von Carlos gegebenenfalls Carmesin und Purpur also die Auswahl ist eher eingeschränkt ein das das Vielen Dank.